Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen Conan Unconquered, eine zweite Folge und ich wollte mal gucken, ja, es ist halt so ein Tower-Defense-Spiel, gehe ich stark von aus, also man kann zwar ein bisschen aufbauen, es ist aber nicht so eine Aufbaustrategie wie nicht das von Conan, hier ist man mehr durch die Angriffswellen unter Druck, finde ich, als bei Command & Conquer, so habe ich das in Erinnerung zumindest, da konnte man ein bisschen ruhiger bauen, ein bisschen die Gegenderkundschaften, da kamen wir noch gar nicht zu, jetzt bin ich mal gespannt, ob dieser Grenzvorposten, ob das eine neue Map ist quasi, oder ob das, ähm, ob wir quasi unsere Karte weiterspielen, das scheint doch neu zu sein, ähm, mal kurz gucken, was wir haben, ich sollte auch, glaube ich, mehr mit Pausen arbeiten, hier können nur Spinnen rüberkommen, Holzfäller, Holzfäller, Holz 50 haben wir, dafür haben wir kaum Hütten, was haben wir hier, Steinbruch, unsere Kaserne haben wir, oh, wir haben keine Kaserne, das ist eine Festung, die Kaserne brauchen wir als erstes kostet schon 350 und 10 Holz, was kostet ein, ähm, Holzfäller, 250, ich glaube, den bauen wir als erstes, 8 Holz, so, dann haben wir auch kaum Ressourcen, hinten ist noch was Korn oder so, aber, sehr weit weg, ähm, da würde ich doch als nächstes die Kaserne bauen, wie war das mit der Jagdhütte, gucken wir gleich nochmal, ähm, was bauen wir noch, Handwerksgilde, in der Handwerksgilde arbeiten fähige Handwerker, Baumeister, an der Erforschung einfacher Gebäude, ähm, Aufwertungen, ja gut, das kann man später machen, so ein Heilungsding ist ganz wichtig, finde ich, haben wir aber schon, sehe ich gerade, ähm, ich würde doch gerade was bauen, Kaserne da wahrscheinlich, ne, bauen wir die Kaserne, mal bauen wir die mal hier hin, und dann, Start, was haben wir hier, einen Krieger, viele haben wir nicht, 10 Wellen müssen wir erleben, äh, überleben, da war so ein bisschen Korn, das ist natürlich nicht viel, ähm, was ist das hier, ich hätte gerne nochmal ne Wohnhütte, ne kleine, ah, wir brauchen echt Geld, ah, hier ist nämlich so alles voll mit Feinden, man sieht ja was auf der Karte, aber, Spinnen, ich sehe gerade, wir hätten vielleicht doch mal weiter auskundschaften sollen, ja, die Feinde kommen schon, da heilen wir uns nochmal ganz kurz, können wir vielleicht schon mal ein bisschen was rekrutieren, da müssen wir uns gleich mal die Ecke angucken, wo es hier hin geht, aber hier müssen wir auf jeden Fall eine Mauer mit Thor machen, wir brauchen mehr Thala, ups, was haben wir hier, aber wir sind ja voll, voll offenes Gelände, aber hier könnte man eine Mauer vormachen, aber wie gesagt, Spinnen kommen da wieder rüber, Konen, ja, die Nahkämpfer freuen sich immer so sehr, naja, erforschen kann man da nix, ich würde trotzdem nochmal gerne ein, zwei Gebäude bauen, Ah, hier den Gang wollte ich nochmal ganz kurz gucken, mhm, okay, wir waren zu früh, die Feinde kommen jetzt erst, aber wenigstens finde ich das jetzt cooler, dass wir jetzt nicht sofort umzingelt sind von so'n Haufen Gegner, einfach mal gut, das ist mir irgendwie, war das letztes Mal auch so laut, oder die, ähm, Opload-Stärke mache ich mal ein bisschen, die schreien mir zu laut, oh, ich habe irgendwie ein bisschen Hals, so, äh, Geld, na, Steinbruch können wir hier nicht bauen, wir können vielleicht zu einer Handwerks-Skill, genau, und da sind die Feinde, Scheiße, das habe ich voll scheiße gebaut, hier kann man schön mit den Einheiten drauf schießen, sehe ich gerade, Oh, komm, wieder hin, Kaolin, komm runter, aber das ist eine gute Position, hier müssen wir eine Mauer drum machen, die Position müssen wir halten, Gehen die nicht kaputt da? Mach doch mal eine Mauer kaputt! Mann, schreien die rum, ey, ich glaube, ich gehe da einfach rum, glaub nicht so lange da, Pass auf, vielleicht kommt man hier noch irgendwie ein Haufen Spinnen oder so, Ja, Okay, dann warten wir einfach, bis sie was kaputt fallen, Ah, ich kann noch hier die Mauer besetzen, sehe ich gerade, Ah, daran habe ich nicht gedacht, ich kann in den Torn rein, weil es greift ja schon gleich die nächste Welle wieder an, Ich glaube, ich mache da nochmal ein Tor ran, Ah, das andere kann ich die Karte drehen, Nee, ne? Repairing, Was kostet so ein Tor? 50, das ist ja recht billig, das machen wir mal, Da haben wir ein bisschen was, Ich glaube, hier müssen wir einfach auch mal eine Mauer machen, Ah, ich glaube, jetzt brechen wir nochmal ab, Ich habe noch nicht so viele Einheiten, Das muss man ein bisschen schwarsam sein, Wir brauchen mehr Nahrung, So, dann habt ihr euch jetzt einfach mal Heilung verdient, Mal zurück, Wir könnten quasi Hier eine Mauer machen, Genau, Das heißt, wir müssen, Ist das ein Törmchen? Nein, Wie weit können wir das bauen? Dann können wir hier vielleicht Leute draufstellen, hier eine Mauer machen, Äh, ihr Schweine! Ihr Schweine! Ich habe es doch erst gebaut! Alter! Schweinebacke! Okay, Komm mal wieder zurück! Ich mache es jetzt anders, Wir bauen erst mal, Wenn das fertig ist, Hier vorne eine Mauer Und später da hinten auch nochmal Eine Doppelmauer Doppelt gemoppelt hier So, erst mal hier So eine schöne Schöne Eckmauer Ich würde gerne Haben wir noch Geld Wir brauchen mehr Rekruten Was ist unsere Welt? Ach, wir müssen einfach Diesmal 10 Wellen aushalten, Okay So, dann bauen wir auch gleich ein Törmchen Äh, Ein Türchen? So Das ist noch gar nicht fertig hier Wie viel kostet so ein Heilungsding Ich wollte eigentlich den Preis erst mal wissen Ach, da oben, 100 Ach, das ist aber auch ein kleiner Kreis Packen wir mal in die Ecke So, und die beiden Damen Kommen schon mal in diesen Törmchen rein Das ist auf jeden Fall super verteidigt Erst mal Oh, diesmal kommt da so ein Heldchen Ähm, ich überlege noch Ob wir, was wir hier machen können Da müssen wir ja eh gerade nichts machen Ich mach einfach mal eine Mauer Oh, kein Holz mehr, oder was? Einfach nur so ein bisschen Damit sie einen weiteren Weg machen müssen Wir brauchen mehr Hütten Ah, wir können was erforschen Nee, können wir nicht Weil uns das Geld fehlt Hm, ich hätte es am liebsten voll Mit vier, ähm Sperrwerfern Der braucht ja noch einen Moment Wir gehen einfach mal hier runter Und gucken mal Vielleicht finden wir hier nochmal so Spinnen oder so Verkippen ist scheiße Verkippen ist scheiße Okay, dann schnell zurück und heilen So Kommandozelt Rater Schmerzen Ich weiß jetzt wiederum nicht, was Das Bessere war Stachel Testungsgesundheitsaufwertung Marktplatz Schmerzviehhof Hm, Basilistenturm Den muss man nicht bemannen Aber der kostet wahrscheinlich scheiße viel Geld Und wir brauchen mehr Nahrung Wir brauchen Nahrung Und das können wir nämlich keine Da kommen sie Jetzt mache ich mal das, was ich kritisiert habe Und wieder rein heilen Ah, da kommen schon die Nächsten Ja, Module Ja, bitte Attacke! Ja, ach, das war schon eine große Gegnernöhe, ne? Kann ich hier einfach alles auswählen und sagen, repariert mal? Alles reparieren. Angenehmer! So. Da haben wir gerade ein Gebäude gesehen. Es ist noch nicht so weit entfernt, wir müssen noch hier sowas bauen. Gehen wir noch ein bisschen auf Erkundung hier. Ach, ich habe sogar zwei Standarten nebeneinander gebaut. Das habe ich zu spät gesehen gerade. So, können wir jetzt da ne Kornkammer bauen. Einmal Körnchen. Haben sie sowieso wahrscheinlich gleich kaputt, aber... ...und dann ist das eine Kornkammer. ...und dann ist das eine Kornkammer. Wie ist das? Warum warten wir uns? Ah, scheiß Skorpione. Wie viele! ...und dann ist das eine Kornkammer. ...und dann ist das eine Kornkammer. ...und dann ist das eine Kornkammer. So, und zurück wieder heilen. Meine... ...Fernkämpfer sind ganz gut geworden mittlerweile. Jetzt haben wir... ...da zwei... ...gucken wir da auch noch welche rein. Jetzt haben wir wenigstens erstmal wieder was zu essen. Was wir auch noch mal bauen könnten, wäre mal ne Jagdhütte. Oder auch gar nix. Weil uns irgendwas fehlt. Geld, okay. Na, der nächste Angriff kommt von unten. Da haben wir überhaupt keine Mauer. Können wir hier mal gleich erkunden. Was? Nach dem Feind. Training complete. Na, hier könnte man vielleicht auch den Sack zumachen. Ja. Boah, hier wäre ganz toll. Da kann man nämlich hier die... Oh, das ist ja... Das ist ja fantastisch. Hier machen wir eine Mauer quasi. Und können einfach auf die Feinde runterballern. Hm, hm. Wie viel kostet so eine Standarte? 120. Das werden wir jetzt wahrscheinlich nicht schaffen, aber für das nächste Mal. Hm, hm. Ist das vielleicht gar nicht verkehrt. Mal gucken. Vielleicht reicht's ja, wenn wir schon hier was bauen. Die nächste bitte. Da fehlt uns gleich das Geld, aber... Dann können wir sie quasi schon schwächen mit unseren Fernkampfeinheiten, bevor sie überhaupt bei uns ankommen. Das gefällt mir richtig gut. Warte. Oder auch nicht. Ja, könnte gehen. Nein. Nein, sie rennen weg. Ach so. Wenn die... Nein, nein, nein. Werd man hier. Werd man hier. Werd man hier. Nein. Die war teuer. Die Häuser. Nein. 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 Scheiße. Wir brennen ja alles nieder. Halt euch. Scheiße. Ah, das geht ins Geld. Hier unten ist ganz schön beschissen. Da müssen wir irgendwie... ...was besseres machen. Erstmal bauen wir zwei Häuser hier wieder auf. Und hier... Ne, ich will hier oben noch was haben. Weil wir brauchen erstmal wieder mehr Geld. Und mehr Leute. Ah. Aber wir müssen die untere Seite... Erstmal machen wir hier eine Mauer quasi. Und hier hätte ich gern bis zur Mitte eine Mauer. Damit wir hier diesen Vorsprung haben. Und dann müssen wir die Seite zumachen. So, mit der Eins gehen wir ein bisschen auf Erkundung. Ach, kommt der auch her. Das sind Fernkampfeinheiten, die wir immer gebrauchen. Es sind auch sehr motiviert, die Damen. Oder... Ich würde sagen, es sind Damen, ja. Wenn wir warten. Gehen. Gehen. Was? Ich muss. Sehr gut. Wir haben noch mehr. Ja! Gut, dann schnell zurück. Halt euch. Ich sehe nämlich gerade was doof ist, weil die greifen wieder von unten an. Das heißt, wir brauchen hier unten irgendeine Mauer. Oder was Mauer ähnliches. Ah, sieht nicht schön aus. Kann man da noch ein Stückchen dran machen? 120 kostet das, ne? Ah, hier unten brauche ich einen verdammte Axt. Damit wir die Diener noch zumachen können. So, dann bauen wir nochmal ein Häuschen. Wir brauchen mehr Geld und dann brauchen wir bald noch mehr Essen. So, die Mauer muss stehen. Ah, reicht nicht ganz. Oh, jetzt können wir noch was bauen. Ey, der wird gerade gebaut, ihr Schweine. Da kommt einfach irgendein Horst. Hey, Mauer, ich mach kaputt. Jetzt lass mich doch mal die Mauer fertig bauen, Mensch. Ach, das geht gar nicht. Scheiße. Oh, jetzt muss ich noch mal die Mauer. Wir haben kein Tor. Ich kann kein Tor bauen. Es kommt Riesenspinnen. Die weben unsere Leute ein. Zwei auf die Spinne. Eins auf die Spinne. Eins von hinten. Also ich glaube, Mauern sind sehr wichtig. Das war noch nicht alles, ne? So Mädels, geht mal wieder zurück. Können wir nochmal ein Tor bauen? Nein, da hinten ist keiner. Hat er die Reparaturen nicht gemacht? Oder ist er noch dabei? Puh. Na, die nächste Welle kommt von vorne oder von oben? Hier bauen wir mal ein Verteidigungstürmchen. So. Ich wollte ja auch mal einen Jäger bauen, weil wir nicht so viele Happa-Happa haben. Äh, Hütte. Jagdhütte. Können wir überall bauen oder was? Ah, vier Nahrung, vier Nahrung. Acht Nahrung. Dann bauen wir da nichts weiter. Oder hier hin. Sechs Nahrung. Na, bauen wir hier hin. Na, woher könnten wir was bauen? Zack. Achso, wie gehörst du dazu, bitte? Wie seid ihr eins? Bitte wieder nachladen. Heilt euch. Fünf Wellen haben wir bisher überlebt. Vielleicht sollte ich hier die Türme auch erst nach Bedarf quasi, ähm, bemannen und nicht einfach von Anfang an. So. Brauchen wir hier ein Türmchen? Nein. Was ich nochmal haben will? Verdammte Axt. Genau. Wo kann ich hier weiter ran? Constructing. Dass wir hier eine Mauer bauen können. Das wäre so schön. Was hast du aufwarten? Und vor jedem Tor, der in der Tore nehmen, muss immer so eine Heilung stehen. Oh, können wir jetzt hier schon das Land bauen? Ja, geht nicht. Kein Gold, kein Gelände oder was? Ey, hör auf zu speichern, wenn ich hier gerade am Bauen bin. Perfekt. So, ich bin ein großer Fan bisher von den, äh, weiblichen Sperrkämpferinnen. Der Sperrwerfer. Da kommen sie nicht schon wieder. Ja. 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 Ah, komm, Attacke. Oh, von hinten haben wir auch angegriffen. Irgendwo. Oh, Katapult. Alter. Das muss weg. Ja. 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 Ja, ja. 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 Ach, die können das auch löschen, verdammt. Das ist ja cool. Ah, hier werden wir angegriffen. Schnell reparieren, das Post-its. So, wieder entmannen. Ey, Mädels. Ah, vielleicht sollte ich sie doch da lassen. So. Jetzt sind wir ja eigentlich erstmal überall so ein bisschen dicht. Ich habe gar nicht mitgekriegt, dass er eine super Attacke hat hier. Der Konen. So. Ähm. Jetzt müssen wir hier nochmal ein Türm... äh, ein Türchen bauen. Ja, das gibt es nämlich gleich von zwei Seiten, Aue. Ich würde langsam hier auch gerne mal die... die Ballisten-Turm. Könnte man hier nicht so schön hinsetzen? Kann er da hinschießen und da. Ach, wir werden irgendwann gesoffen. Mädels, Attacke. Was ist das hier überhaupt noch? Achte Welle, Angriffs Welle, Sandsturm. Alter Schitter. Alter Schitter. Wir brauchen mehr Leute, glaube ich. Das heißt, wir brauchen mehr Geld. Wir brauchen alles. Äh. Können wir nochmal neue Hütten bauen? Ah, kein Geld. Was bringt die Hütte nochmal an Gold? Gewährt Basis 10. Ah, kostet aber auch Holzunterhalt. Ah. Äh, jetzt bauen wir noch eine Holzwelle, wenn wir kein Holz mehr haben. Ich würde jetzt auch ungern rausgehen und die Basis verlassen, weil, ähm... Ja, so ein paar Arschkrampen da draußen rumlaufen. 400. Ah, recht teuer. Tja, wir brauchen Geld. Wir brauchen Geld. Holz minus eins. Na komm, wir bauen jetzt nochmal einen Holzhack, Mann. Hacke, Hacke, Peter. Woher in die Ecke kriegen wir ein? Constructing. Ja. Ja. Das Schlimme ist, dasselbe greift uns auch nochmal, ne? Ah, klar. Komm durch. Hier, löschen. Löschen weiter. So. Ach den Hacke, Peter Kohnen. Los, dass die Mauer nicht einreicht. Das wird teuer. Das wird teuer. Oh, da kommt immer noch was. Okay. Was können wir jetzt bauen? In der Mine, bla bla bla, Eisen. Ja, was können wir damit machen? Geilere Waffen wahrscheinlich. Nicht eine Reichweite. Hier hinten wäre was. Hm. Hier oben brauchen wir ja nichts. Brauchen wir da nochmal eine Jagdhütte. Und dann hätte ich gerne nochmal von jeden einen... Training Javelin-Soldier. Toward the enemy. Ah! Training complete. Training complete. Training swordsman. Hunter Shack complete. Hm. Ich hoffe mal, dass der Sandstorm jetzt nicht allzu auer, äh... böse wird. Wenn der kommt. Constructing. Training complete. Ach, das herforschen wir jetzt mal. Mal gucken, was Kohlepfannen bringen und Stachelfallen. Es gibt ja Punkte, da können wir ja optimal quasi Fallen aufstellen. Ah, jetzt sehen wir auch nichts mehr auf der Karte. Das heißt, wir können nur sehr kurzfristig irgendwie agieren. Wechseln. Und dann können wir ja auch mal die Schrauben aufstellen. Ja. Das ist das, was wir jetzt mal machen. Ich habe auch mal wieder, was wir jetzt mal machen. Ja. Das ist das, was wir jetzt mal machen. Das ist das, was wir jetzt mal machen. Nee, Gott sei Dank kriegen wir ja eine Nachricht, wenn unsere Mauer angegriffen wird. So ein Schrein kostet 100. Ich hätte mich gerne hier nochmal irgendwo rein. Au. 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 Ja, der Sandstrom kommt da auch noch, dann lächst mich. Lächster als Sandstrom. Oh, er hat uns was hingelegt, was ist denn jetzt? Oh oh. Halt euch mal. Das war's. Ja, das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Units diseased. Attack wave gathering. Wall under attack. Oh. Ach da. Freiding überall Ressourcen auf einmal. Structure under attack. Wall under attack. Attack wave defeated. Puh. Mal schnell raus, das ganze Material sichern. Leider sind sie vergiftet. Was ist das? Erkrankt. Aber es heilt hier auch nichts, ne? Das ist voll doof. Ah, das sind Tiere. Wofür brauche ich denn Tiere? Zum Reiten oder was? Repairing. Okay. Okay. Oh, hier. Das ist, äh... Was ist das denn hier? Kohle von... Leichte Verteidigung kostet 400. Weil die werden von unten angreifen. Einen. So. Was wahrscheinlich... Scheiße, viel Holz. Kann man nicht die Karte drehen? Das ist irgendwie doof. Ist hier jetzt gar nicht so richtig... Naja. So. Habt ihr euch alle geheilt? Nein, habt ihr nicht. Es ist ein bisschen unschön. Ach, da jemand? Den Basilistenturm hätte ich nochmal gerne. So deckt er zumindest das ab. Von unten kommt auf jeden Fall was. Definitiv. Können wir den auch nochmal bauen? Ja, kommt jetzt schon. Constructing. Wall under attack. Bomb under attack. Wir haben Fluchfecher. Er ist die Power in Fluch. Er ist die Fluch. Ah, sie halten nicht so lange durch. Okay. Das geht sogar hier. Aber das war noch nicht alles. Ach, da ist doch schon eine Mauer. Was macht ihr da, Idioten? Wir sind direkt im Weg. So, ihr dürft jetzt da mal rauskommen, die beschießen. Oh, super, ey. Ah, das ist ganz schlecht hier mit diesem Heilungsgutkrempel. Das ist ja krank und so. Das ist echt doof. Zwei Wellen noch. Wie sieht's aus? Futter haben wir noch. So, Kohle fangen. Okay, das ist in Pleite. Was machen die? Irgendwie passt das nicht. Ich glaube, ich kann neue Truppen bauen. Das ist alles... Ich glaube, eine Welle noch. Scheiße. Ich will meine Verteidigung noch verbessern, aber wir brauchen Leute. Unbedingt. Dass die auch erkranken. Das ist voll doof. Da sind noch welche drin. Wir können auch drinnen bleiben. Ich muss die nur abziehen, falls wir die Mauer da irgendwie fertig haben. So wie jetzt zum Beispiel. Die Mauer ist noch gar nicht fertig. Oder habe ich ja was vergessen zu bauen. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Lösch das doch mal. Ach, da sind rechts und so durch. Scheiße. Scheiße. Gut da raus. Hammer, komm, nütz. Attacke. Das war schon enger. Das war schon enger. Ja, wir haben mal wieder irgendeine Prinzessin gerettet. Und... Ja, ein neues Szenario freigeschaltet. Ähm... Nekromanten-Herausforderung. Von Nekromanten und Krankheiten, okay. Und, ja, Kapitel 3 vom Comic-Kammer freigeschaltet. Ich muss sagen, ähm... Die Mission fing besser an als die andere. Weil man hatte Zeit, man konnte mal ein bisschen erkunden. Aber dann hat... Nachdem eine Welle wieder nach der anderen kamen... Ähm, ich glaube, so ab dem vierten, fünften haben wir ja gar nicht mehr erkunden können. Weil wir ja die ganze Zeit beschäftigt waren, quasi, ähm... Unsere Mauern aufrechtzuerhalten. Ähm... Ja, die Mission hat mir deutlich besser gefallen als die erste. Und, ähm... Aber ich sehe es immer noch nicht so als... Man... Ich sehe es immer noch so als Gelegenheitsspiel. Als, ja, was man mal so mal für eine Stunde spielen kann. Und... Und Tower Defense. Aber... Es ist kein Tropico oder so... Oder ein Total War Spiel, was mich da mehrere Stunden in seinem Band zieht, quasi. Oder... Ja, man kann es spielen. Ich... Ich... Wie gesagt, dieses Wochenende habe ich es getestet. Äh... War es kostenlos. Aber ich glaube, sonst kostet das... 20, 30 Euro. Und das... War... Oder wäre mir dann doch ein bisschen zu viel dafür. Aber nun denn. Ähm... Vier Prozent haben wir erst. Also... Man hat noch mindestens 20, 30 Missionen. Ähm... Ja. Soviel zum Angezock von Conan Unconquered. Und... Wenn es euch gefallen hat, das Video, lasst doch gerne mal ein Like und einen Kommentar da. Ich würde jetzt am liebsten noch mehr labern. Das Problem ist, das Video geht schon fast eine Stunde. Man muss auch mal ein Ende machen. Na? Also... Reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!